Wie ich vorher bereits gesagt habe, haben wir auch heute Abend wieder ein Mettle mit, ein Melodien aus einem bekannten Musical mit dabei. Und bei meiner Recherche habe ich gefunden den Untertitel unter dem Musical Quiz, das erfolgreichste Musical aller Zeiten. Ob das so ist oder ob man diese Musik wirklich als so total übermäßig erfolgreich bezeichnen kann, weiß ich nicht, schön ist sie jedenfalls. Jetzt habe ich mal eine Frage an alle Nicht-Englischlehrer, an alle Nicht-Englischsprachigen. Ja, was bedeutet denn eigentlich Grease? Weiß das irgendjemand? Vielleicht ein kleiner von hier, da komme ich nämlich unter, nach derjenige, die das auch im Buch davon sagen. Na ja, also gestern waren die Bessens auf Sie, ich weiß nicht, also... Okay, macht nichts, jedenfalls ja, Grease heißt Schmiere. Na ja, und Schmiere, nicht irgendwas mit Schmiere-Steelen und irgendwelchen Räuberbanden. Na ja, ne, Schmiere im Sinne von Pomade. Das heißt, die männlichen Highschool-Schüler haben sich das in den 50er Jahren in die Haare geschmiert, um sozusagen schönere Frisuren zu haben. Und weil in diesem Musical Melodien aus den 50er Jahren, das heißt 40er Rock'n'Roll, verarbeitet wurde, bekam das Musical dann den Namen Grease. Und jetzt viel Spaß mit den Melodien aus dem Füß der Dinsing, Olberts und Grease. Applaus Musik 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 Musik